Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder in FIFA Ultimate Team und bauen uns mal ein kleines Draft. Einzelspieler-Draft. Ja, und dann geht's auch los. Als erstes die Formation. Ach nee, mittlerweile wird es nicht. So, Formation 4-3-3-Defensiv. 5-2-1-2-3. Ähm... Wir nehmen die 4-4-2-4. So, und dann fangen wir auch jetzt gleich, kommt der Käpt'n. Sehr schöne Karten hier dabei. Und ich würde sagen, unser Kapitän wird Sterling. Dann machen wir den Torwart. Wer wird unser Torwart? Oder wen haben wir erstmal zur Auswahl? Das ist das Wichtigere. Und das sind eigentlich... Scheiße. Ähm... Nicht so gute Torhüter. Wir nehmen jetzt Martinez, weil es Premier League kann man... zur Not noch am besten Linken... ...Innenverteidiger. Und... Wir nehmen... Kurt Summa. Französisches Innenverteidigertalent. Vom FC Chelsea müsste mittlerweile an AC Milan ausgeliehen worden sein. Aber machen wir mit dem anderen Endverteidiger weiter. Erstmal nur Special Karten. Und davon nehme ich natürlich Martin hinter Algarar. Machen wir weiter mit dem Linksverteidiger. Wer erweist uns auf der Linken-Verteidiger-Position die Ehre? Absolute Müllkarten. Carlos Neva darf erstmal auf die Linksverteidiger-Position... Und auf der Rechtsverteidiger-Position darf... Mitchell Weiser. Das ist aus dem Grund. Dann tauschen wir die hier einmal. Und dann passt das... ...schonmal besser. Dann machen wir weiter mit dem rechten Flügel. Und dort haben wir auch wieder sehr gute Leute. Zum Beispiel ein Ödegard-Yang. Okay, Yang ist jetzt nicht mehr gut. Luzano-Korea. Oder Bellarabi. Bellarabi würde natürlich perfekt reinpassen. Aber Ödegard könnte man auch auf die andere Seite... Aber das geht nicht mehr. Dann nehmen wir Karim Bellarabi. Und machen weiter mit unserem Zentrum. Und dort ist eine sehr, sehr schöne Karte dabei. Ja, so ergeben mich. Und die nehmen wir auch. Dann gucken wir mal, was da noch so abgeht. Was haben wir denn hier für Auswahlmöglichkeiten? Tolisso würde natürlich am besten zu Kimmich Linken. Barella ist auch sehr gut. Aber wir nehmen Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer. Ein guter Spieler von RB Leipzig. Sehr guter Spieler. So. Dann geht's jetzt weiter auf die Stürmerposition. So. Da könnte man jetzt No Nido nehmen. Aber... Ich weiß nicht, ob man den Ronaido Toti schon kann. Also nehme ich erstmal ein Aubameyang mit. Ich weiß auch nicht, wie ich Ronaido Toti linken sollte. Ich nehme Aubameyang mit. Der passt wenigstens noch zu Sterling. Und dann passt das schon sehr gut. Und hier auch wieder dasselbe Lautaro Martinez. Den könnte ich halt da nicht einbauen, weil der linkt für niemanden. Und den Rest könnte ich auch nicht einbauen. Also nehme ich sie mit dem höchsten Rating Lautaro Martinez. Und wir gucken weiter. Harry Kane. Sehr guter Harry Kane. Den nehmen wir auch mit. So. Dann. Was haben wir jetzt zu auswahlen? Also. Ähm. Ja. Wir nehmen das erste Rating mit, weil wir brauchen. Oder. Wir nehmen. Tiss. Tissimikas mit. Tissimikas. Weil der dann auf die linksverteidiger Position kommt. Weil ich erstmal absichern wollte. Tissimikas. Bei dem das. Tissimikas. 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 Okay. Ich würde mal spontan sagen. wir nehmen kein themat hat das höchste rating passt da auch perfekt rein jetzt wäre natürlich ein bundesliga stürmer am besten wenn wir noch kriegen könnten oder einfachen marcus rashford den nehmen wir auch gerne der marcus so wie das sehr gute auswahl wenn je passt halt so gar nicht rein also würde schon anpassen aber machen wir nicht ja was bringt uns gar nichts und ich würde sagen wir nehmen salat mit und da haben wir natürlich wieder sehr schöne karten die wir einbauen können na toll also nehmen wir es herr roberto mit weil wir den der das höchste rating ach so die reserver haben wir schon durch wie schön dann